Oh fuck. Ich bin ganz brav. Ich weiß nicht, dass der Hirsch runterkommt. Oh, die haben sogar eingetötet. Die haben mich mit ihrem verschollenen Bruder zusammengeschoben. Alles klar. Aber man kann sie töten. Okay. Ich habe keine überfälligen Bücher bei mir. Bleiben Sie fern. Herr Bibliotheker. Oh. Dein fucking ernst? Wollen die spielen oder was ist los? Oder die zeigen mir den Weg an. Okay, hier komme ich wieder runter. Wenn ich den Plan habe, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist der Rückzug, das sollte ich tun. Nichts tun. Mit dem Arsch an die Wand. It's a trap. Ja, ist echt so. Okay, ciao Bruder. Okay, jetzt gehen sie runter. Bisschen wie im Zoo habe ich das Gefühl gehabt. Nichts machen. Ich glaube, die Bibliothekaren mögen kein Licht. Kann das sein? Ich habe nichts gemacht. Okay. Das heißt, ich muss mich jetzt eh verstecken. Oh, komm schon. Weil der hochgesprungen ist, der Paiopai, ne? Ähm, alles klar. Weil der hochgesprungen ist. Okay, Moment mal. Okay. Ich hoffe, jetzt wird es wieder lockerer. Okay. So, es wird so. Alles klar. Okay, wir machen nichts. Jetzt geht es wieder. Okay, gut. Alles klar. Alles klar, wir müssen. Irgendwo ist der jetzt wieder. Okay. Sehr undankbarer Typ. Er mag uns nicht. Wir mögen ihn nicht. Und ich glaube, wir können ihn auch nicht töten. Der ist Immortal. Das finde ich gerade ein bisschen doof. Nähe ist wohl auch ein Problem. Nein, der kommt angerammt und will mich töten. Ich glaube, der will mich einfach töten. Ja, sag ich doch. Der will mich einfach nur haben. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn einfach töten kann. Wir versuchen es trotzdem, weil wir jetzt eigentlich keinen Ausweg mehr haben. Er greift uns ja so oder so an. Ja, seht ihr ja. Er kommt gleich wieder. Er kommt gleich wieder. Ist er tot? Nein. Kann er... Doch, er ist tot. Oh, krass. Okay, ich glaube, wir haben ihn... Es gibt noch einen. Nee. Okay, wir haben ihn getötet. Oh, wir sind ihn los. Meine Güte. Herr Gott, Sakrament. Also, das hat mich schon ein bisschen genervt gerade, weil... Ich sag's euch ehrlich. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Weil... Das ist... Oh nein, es kommt noch... Es sind zwei. Ich mach nichts. Okay. Der will einfach nur ein bisschen den Macker markieren. Das ist ja auch in Ordnung. Jetzt kann er sich wieder verziehen. Okay. Haben wir verstanden. Alles gut. Ich trete hier Sachen um. Der rennt da rum. Nicht... Nicht angreifen. Nichts machen. Ich hab nichts gemacht. Ja, war ja klar, Alter. Du Behindikus, Alter. Da ist er weg. Tschau, Bruder. So ein Scheiß. Egal, was du machst. Ich hab's halt echt probiert. Huch. Jetzt ist das Ding wieder an. Ich hab's voll vernachlässigt, glaub ich, das Gefühl. Und wir bauen das Ding. Okay. Hä? Hab ich doch gewechselt, oder? Oh nein. Ich sag doch. Das macht's jetzt nicht besser. Oh, warte mal. Ähm. Das macht's jetzt nicht besser. Ja, ja. Erst als ich zu nahe war, aber das war ja genau das Problem. Er kam mir ja näher. Ähm. Tschüss. Aua. Ihn hat's getötet. Mein... Es ist halt wieder so ein Vieh da. Jetzt zum Beispiel passiert wieder nichts. Wie der Dwin ja jetzt schon mehrfach sagt. Okay. Verschwinde, bitte. Ich hab keinen Bock auf eine Schießerei. Er kommt zu mir. Er greift mich an. Nein. Er hat mich nicht angegriffen. Langsam rückwärts schleichen. Na ja. So langsam geht das ja wohl nicht. Aber Glück genug haben wir ja gehabt eben. Oh, neue Maske. Jawohl. Okay. Ist es dunkel? Okay. Wenn er zu nahe kommt, muss man zu. Okay. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Okay. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Okay. Also, Untergrundlager. Bibliothekare. Wo man sie leid entwebt. Die streiten sich. Sie teilen sich was. Schlappert er gerade an dem Vieh. Ich glaube, der ist beschäftigt. So, meine Meinung. Ich glaube, jetzt ist es gelaufen, oder? Ich brauche meine Sonnenbrille wieder. Ne, ist nicht gelaufen. Gehen Sie mal schau. Alles klar. Natürlich springt er die letzten 20 Sekunden, äh, 20 Sekunden daneben. Okay. Ich hoffe, es kommen nicht mehr von diesen ekligen Viechern, Alter. Okay. Hä? Ich glaube, da hassen sich zwei. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht bedroht. Oh, ich muss hören. Okay. Ich habe das Gefühl, er kann mich nicht leiden. Ich weiß nicht, woher ich das nehme. Okay. Das ist echt intensiv, ein bisschen mit dem. Aua, 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 Kumpel. Mal ganz locker vorm Hocke. Aber, ich glaube, dass wir hier schon recht nah sind. Am Ende des Spiels sind so viele. Da schläft einer. Ich komme jetzt so runter, dass mich keiner hört. Ich glaube so. Okay, das bringt einen Scheißdreck. Ich muss irgendwo anders hin. Es pennen, diese Fixer pennen hier. Es ist Tiere halt. Pennen hier. Ich glaube, wir sind durch. Buh, ja, ist echt so. Ui, ui, ui. Einfach, einfach so hingehen. Buh, ah. Hilf uns. Erg mich doch. Och. Ne, 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 ne. Wir sind brave Menschen. Okay, wir gehen einfach weiter. Okay. Die schlafen so süß. Ich will denen nicht wehtun. Die haben halt sehr viele Menschen gegessen. Äh, wir wollen nicht auf der Speisekarte stehen. Danke, ciao. Ein bisschen schwierig ist das schon. Oh shit, wenn die jetzt wach werden. Hier pannt kein... Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Kann es sein, dass einer dieser Viecher sich vielleicht so einen Schlüssel geklaut hat? Und warum sieht der Rechner noch so fucking neue aus? Alles klar, genau das Falsche nehmen. Ja, ne. Und das Headset erst. Guck mal. Die Ohrmuscheln sehen ja fast wie neu aus. Hier wäre die sonst vor allem. Würden die Bunker so bauen wie die Dinge. Muss man hier durch hier. Mama. Okay. Ja, was ist denn... Oh Gott. Ist ja nicht so, dass die Viecher da draußen den Krach nicht hören würden. Übrigens, kleines nettes Detail. Ich finde es cool, dass er lange sucht. Das ist halt nicht dieses... Oh, da liegt es und dann nehme ich das. Ja gut, das ist irgendwie sowas von klar, dass unter D6 D6 auch gespeichert ist. Also liegt. Das geht gehörig in die Hose, würde ich sagen. Oder doch nicht. Krass. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden. Genau. Aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Also das, was du ja auch gerade sagst, Finn. Also er sucht nicht schematisch, aber er sucht. Und das ist schon mal... Ist schon ein bisschen traurig, dass man sagen muss, er sucht. Und das finde ich ein gutes Detail in dem Spiel. Das ist echt schon hart. Das ist schon ein bisschen traurig, das ist schon ein bisschen traurig, das ist schon ein bisschen traurig.